Und so habe ich es geschafft, diesen Monat über 300 Euro komplett passiv, also ohne eigene Arbeit, zu verdienen. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video stelle ich mal eine brandneue Einnahmequelle von mir vor, die ich noch nie öffentlich auf YouTube gezeigt habe. Das Beste dabei, bei der neuen Einnahmequelle handelt es sich zu 100% um passives Einkommen. Das heißt, ich musste nicht selbst dafür arbeiten, aber habe trotzdem Geld verdient. Wie das funktioniert, wirst du in diesem Video ganz genau kennenlernen. Außerdem werde ich in diesem Video alle Einnahmen ganz genau beweisen, wie ich es geschafft habe, in einem einzigen Monat über 300 Euro zu verdienen. Und ich werde dir ganz genau Schritt für Schritt für Anfänger zeigen, wie man es schaffen kann, das Ganze nachzumachen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Außerdem kann man mit dieser Methode Online-Geld verdienen, ohne einen Gewerber anmelden zu müssen. Also kann das jeder machen als Privatperson. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Online-Geld zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft weiterhelfen werden, Online-Geld zu verdienen. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für mehr solche Videos und dann würde ich mal sagen, starten wir auch direkt schon durch. Und zwar schauen wir uns heute mal das Thema Dividenden etwas genauer an. Für alle, die nicht wissen, was eine Dividende ist, habe ich hier einmal diese kurze Infografik vorbereitet. Und zwar, hier läuft es eben so ab, hier haben wir zum Beispiel ein Unternehmen, beispielsweise die Firma Apple, die auch die iPhones herstellt. Und dort kann man dann zum Beispiel eine Aktie kaufen, das heißt hier einen Unternehmensanteil. Eine Aktie ist nichts anderes als ein Anteil eines Unternehmens, zum Beispiel hier jetzt eine Apple-Aktie. Die kann ich dann kaufen und wenn Apple dann Gewinn macht, werde ich an diesem Gewinn beteiligt und bekomme dann eben eine Dividende ausgezahlt und bekomme dementsprechend dann Geld, obwohl ich selbst gar nicht arbeite. Wie das Ganze funktioniert und in welche Unternehmen ich investiert habe und wie viel Geld ich genau bekommen habe, jetzt alleine diesen Monat schon, werde ich euch jetzt ganz genau zeigen. Und zwar habe ich hier mal eine kleine Übersicht vorbereitet und zwar hier beispielsweise 21,50 Euro an Dividende von Rheinmetall bekommen. Rheinmetall ist ein Unternehmen im Bereich Verteidigung. Dann noch hier 63,75 Euro von AXA. AXA kennt wahrscheinlich die meisten Versicherungen. Und nochmal 22,80 Euro von der Allianz. Dann geht es weiter und zwar hier 25,90 Euro tatsächlich von der Deutschen Post. Das heißt, ich habe auch einfach mal in die Deutsche Post investiert und habe dadurch eben 25,90 Euro an Dividende erhalten. Und dann hier nochmal eine richtig starke Dividende und zwar hier über 180 Euro, 181,86 Euro von der ING, also von der Bank. Und ja, das Ganze werden wir jetzt einmal kurz zusammenrechnen. Bevor ich euch gleich zeige, wie ihr das Ganze einfach nachmachen könnt, nochmal eine kurze Frage. Und zwar soll ich mal meine kompletten Aktien, also mein gesamtes Depot hier auf YouTube zeigen? Dann schreibt gerne mehr davon jetzt in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann sehe ich, dass das einige von euch interessiert und dann kann ich dazu gerne mal ein Video machen. So, und jetzt werden wir uns einmal zusammen anschauen, wie viel ich an Dividenden bisher diesen Monat passiv verdient habe. Und zwar habe ich hierfür jetzt einmal den Rechner vorbereitet und zwar hier plus 21,50 Euro von Rheinmetall. Dann geht es weiter hier 63,75 Euro von AXA. Dann geht es weiter hier plus eben nochmal 22,80 Euro von der Allianz. Dann geht es weiter plus 25,90 Euro von der Deutschen Post. So, und jetzt kommen natürlich nochmal hier die 181 Euro Dividende von der ING. Was natürlich auch absolut genial ist, wenn man überlegt, dass ich dafür selbst aktiv gar nichts machen muss. Das heißt, über 315 Euro alleine in diesem Monat, hier sieht man es auch nochmal, Mai verdient. Und das Ganze eben durch Dividenden und hier ein richtig gutes passives Einkommen aufgebaut. Und wie ihr das Ganze jetzt ganz einfach nachmachen könnt, auch als kompletter Anfänger, zeige ich euch jetzt. Mit dem Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt auf diese Seite, nennt sich Lynx. Habe ich noch nie gezeigt übrigens hier auf dem YouTube-Kanal. Und hier könnt ihr euch auch ganz einfach ein passives Einkommen aufbauen und für euch auch Dividenden verdienen. Hier könnt ihr, wie gesagt, komplett kostenlos starten, indem ihr hier rauf geht. Dann müsst ihr hier einfach nur diesen Antrag einmal kurz ausfüllen. Und dabei werde ich euch jetzt natürlich ganz genau helfen und zwar hier natürlich Herr und Frau bzw. Anrede auswählen. Dann hier nochmal Einzeldepot auswählen und dann hier auf Weiter klicken. Dann müsst ihr aus Sicherheitsgründen nochmal eure Nummer bestätigen und dann könnt ihr auch direkt schon starten, indem ihr hier die SMS-Bestätigung bzw. den Code eingebt. Dann muss man hier noch ein paar Angaben machen. Füllt das unbedingt richtig aus, denn sonst könnt ihr nicht starten. Und dann hier noch ein paar Sicherheitsfragen hinterlegen. Das dient einfach nur der Kontosicherheit, damit man eben ganz sicher eben immer auf sein Konto zugreifen kann. Dann hier nochmal ein paar regulatorische Angaben machen. Ich weiß, das dauert ein bisschen, aber wir kennen es ja, wir sind hier in Deutschland. Da ist das eben gesetzlich so vorgegeben, dass man das macht. So, dann könnt ihr hier unter dem Punkt Depotführung nochmal auswählen, ob ihr ein Margendepot oder ein Bardepot haben möchtet. Bardepot reicht in den meisten Fällen völlig aus. Deswegen hier Bardepot auswählen und dann hier nochmal gerne Angaben machen, warum man eben hier starten möchte. Und dann kann man hier zum Beispiel reinschreiben, das wäre sehr korrekt, auf Empfehlung von Leon Kramer. Wenn ihr dieses Video bzw. hier natürlich groß geschrieben, wenn ihr eben auf Links durch mich aufmerksam geworden seid. So, dann nochmal eben angeben, wie lange man eben plant, über Links anzulegen und natürlich in den meisten Fällen über drei Jahre. Aber man kann es natürlich auch kurzfristiger machen und dann hier auf Weiter klicken. Dann auch einmal die rechtlichen Grundlagen bestätigen und dann sind wir auch schon fertig. So, dann als letztes nochmal alle Angaben überprüfen und dann den Antrag hier abschicken. Sobald ihr den Antrag abgeschickt habt, könnt ihr ihn hier auch direkt digital unterzeichnen. Dazu hier einfach Antrag digital unterzeichnen auswählen. So, dann muss man sich hier noch einmal verifizieren bzw. identifizieren per Postidentverfahren. Das kennen wahrscheinlich die meisten und zwar hier kann man das einfach per Videochat machen. Dann muss man dann seinen Ausweis in die Kamera halten und ein netter Mitarbeiter oder eine nette Mitarbeiterin wird dann bestätigen, dass man ein echter Mensch ist. Das kann man hier auswählen, allerdings nur zwischen 8 und 22 Uhr, aber dafür auch jeden Tag. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass viele Anträge von euch bei Links hier angenommen werden. Wie gesagt, Links zu der Plattform in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch kostenlos registrieren und sobald ihr dann angenommen worden seid, euer Profil bestätigt worden ist, könnt ihr auch direkt schon starten mit den Dividendenaktien und könnt euch auch somit ein richtig gutes passives Einkommen aufbauen. So, dann geht es weiter mit der nächsten Methode. Dabei arbeite ich sogar für euch und zwar hier die Autocopie-Methode auf der Plattform Naga. Habe ich euch natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt und hier haben wir ein extrem geniales und einfaches Prinzip. Und zwar, hier sehen wir das Ganze und zwar hier werde ich einfach für euch arbeiten können und das Ganze einfach mit einem einzigen Klick. Das heißt, ihr müsst euch hier einfach nur ein Konto anlegen. Das Ganze ist komplett kostenlos. Mit dem Link in der Videobeschreibung klickt ihr einfach auf Erste Schritte oben drauf oder ihr klickt hier einfach unten drauf auf Kostenlos anmelden. Wo haben wir es? Hier haben wir das Ganze komplett kostenlos anmelden. Öffnet sich schon diese Seite. Hier könnt ihr euch dann ein kostenloses Konto eröffnen, indem ihr hier auf Weiter klickt. Dann eben einmal Telefonnummer, Name, E-Mail eingeben, das Konto bestätigen und dann auf Registrieren klicken. Und dann, wenn ihr euer Konto bestätigt habt, kommt ihr auf die nächste Seite hier. Hier könnt ihr dann einfach bei der Suche oben Leon Kramer, meinen Namen zusammengeschrieben eingeben. Dann öffnet sich schon diese Seite hier. Hier seht ihr auch schon mein Profil aktuell. Hier richtig gute Performance. Gestern, also in den letzten 24 Stunden, also vor 21 Stunden wieder über 40 Dollar bzw. knapp 40 Euro an Gewinn erzielt. Und ihr könnt mich hier dann einfach kopieren, indem ihr hier einmal auf Autokopieren drauf klickt. Und dann könnt ihr hier auch schon starten. So, wenn wir hier bei mir mal auf die Statistiken gehen, sehen wir hier, dass es hier für die Kopierer, also für die Leute, die einfach nur mit einem Klick mich kopiert haben, gab es hier schon über 1000 Euro bzw. 1000 Dollar Gewinn. Was natürlich absolut genial ist. Das heißt, wenn ihr hier auch kopieren wollt, könnt ihr das Ganze komplett kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung einmal testen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und natürlich viel Erfolg dabei. So, dann kommen wir jetzt zur dritten Methode und zwar zu Nextweise. Hier könnt ihr euch in unter 9 Minuten passives Einkommen bzw. komplette Altersvorsorge aufbauen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen und zwar hier kann man eben auch investieren und hier verdient man eben passiv durch den Zinseszinseffekt Geld. Wir alle haben mit Sicherheit schon mal das Sprichwort gehört bzw. den Spruch gehört, das Geld für sich arbeiten lassen. Und hier sieht man beispielsweise, ein 25-Jähriger, der jetzt hier mit 300 Euro pro Monat startet, hätte hier schon nach 40 Jahren über 1,2 Millionen. Ein 30-Jähriger hätte zum Beispiel nach 35 Jahren über 814.000 Euro, was natürlich absolut genial ist. Das heißt, hier könnt ihr auch komplett kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung starten. Das heißt, hier einfach raufgehen, auf Nextweise dann hier auf jetzt starten klicken. Dann öffnet sich schon diese Seite, hier könnt ihr dann auch direkt schon starten mit einer Rentenversicherung. Dann hier einfach auf Weiter rechts klicken, dann hier einfach das Ganze einmal auswählen, hier auf Weiter gehen. Dann muss man hier als nächstes einmal seine E-Mail-Adresse eingeben, wichtig natürlich richtige E-Mail eingeben und dann hier auf Weiter klicken. Dann müsst ihr einmal in eure E-Mail gehen und den Link bestätigen, der gerade zugesendet worden ist. Dann muss man einmal seine Nummer bestätigen und kann dann auch schon starten. Dann hier noch einmal die Anschrift bestätigen, weil man bekommt auch kostenlos Post zugeschickt und ja, dann hier auf Weiter klicken. Dann hier einmal auswählen, wie viel man pro Monat sparen möchte. Das kann man jetzt machen oder auch später. Man kann es natürlich auch für seine Kinder machen, ist natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft. Also ich kann dazu sagen, die Kinder werden es einem später extrem danken. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel den Sparbetrag einrichten und dann hier auf Weiter klicken. Das Ganze werden wir jetzt einmal zusammen machen. Man kann das Ganze mit 300, aber auch mit mehr machen. Wir wählen jetzt einfach hier mal 300 aus. Dann kann man hier nochmal einen Aktionscode eingeben, weil das ist kein Muss. Dazu klickt man hier auf keinen Aktionscode vorhanden. Und dann geht es jetzt weiter und zwar, wann man eben beginnen möchte hier. Und dann kann man auswählen eben 1.7. und so weiter und so fort. Wir wählen jetzt hier mal den 1.7. aus und dann geht es auch direkt schon weiter. Und zwar hier kann man dann hier eben ein Anlagekonzept wählen. Und zwar hier würde ich jetzt einfach das Nextwisser Welt AG Anlagekonzept auswählen. Natürlich hier an dieser Stelle keine Anlageberatung. Hier haben wir nochmal die ganzen Infos und das könnt ihr euch natürlich selbst auswählen und dann hier eben auf Weiter klicken. Dann geht es auch schon weiter. Und zwar hier sind wir jetzt fast schon fertig. Und zwar jetzt nochmal ein paar letzte Infos, indem wir hier einmal auf Weiter klicken. Und zwar hier muss man noch einmal ein paar Angaben machen. Das ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben in Deutschland. Das heißt hier zum Beispiel Selbstständige, Auszubildende und so weiter und so fort. In meinem Fall natürlich hier Selbstständiger. So und dann geht es weiter hier. Zack. Und ja hier auswählen, ob man Deutscher ist oder eben nicht. Zack, weiter. Und hier nochmal solche Angaben machen. Zum Beispiel ist man Steuerpflichtig im Ausland. Die meisten von euch werden das natürlich nicht sein. Und dann geht es weiter hier. Hier politisch exponierte Personen. Nein ist man natürlich auch nicht. Beziehungsweise die meisten. Und dann hier natürlich nochmal eben das Referenzkonto, über welches ihr eben starten wollt. Weil ihr legt ja jeden Tag, beziehungsweise jeden Monat Geld an. Dann muss natürlich auch logischerweise ein Konto vorhanden sein. Und dann hier auf Weiter klicken. So, dann hier nochmal einen Identitätsnachweis hochladen. Einfach hier ein Ausweisdokument. Hier einfach hochladen und dann auf Weiter klicken. Dann könnt ihr auch schon starten. Ja, Nextweiser eine super Sache. Hier könnt ihr mit dem Link in der Videobeschreibung kostenlos starten. Teste das Ganze auf jeden Fall aus. Es dauert ja auch gerade mal 8 Minuten. Ja, wieder mal drei super spannende Methoden zum Online-Geld verdienen. Teste die ganzen Sachen auf jeden Fall aus. Link in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich euch in der Videobeschreibung nochmal diese Seite hier verlinkt. Wie man es schaffen kann, knapp 350 Euro pro Woche zu verdienen. Das Ganze komplett anonym. Hier zeige ich nochmal beispielsweise die Einnahmen von einem einzigen Tag. Über 100 Euro an einem Tag verdient. Und hier könnt ihr die ganze Strategie jetzt zwei Wochen lang für 0 Euro schon bekommen. Indem ihr hier rauf klickt. Und dann könnt ihr direkt schon starten. Bekommt alles per E-Mail zugeschickt. Insgesamt über 50 Videos, die ihr euch anschauen könnt, die ich auf YouTube gar nicht zeigen. Das heißt, wenn euch die YouTube-Videos schon gefallen, wird euch dieses hier garantiert begeistern. Das heißt, Link dazu in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.